Eine neue RAW-Ausgabe steht uns bevor in Toronto, Ontario, Canada. Ich bin sicher, dieses Fakt wird heute auch ein paar Mal prüfen. Aus Marcus 9. So. Ein Anruf, Posteingang. Okay. Okay, außerhalb des Ring eine Minute aufhalten. Und eine Minute lang außerhalb des Ringes. Ein Handicap-Match. Ach du Scheiße. Bitte geil. So, ich halte nicht, wie lange eine Minute ist. What the fool. Ey. Leute. So. Aber was ist das für ein Outfit? Leute. So. Gott. Jawohl. Oh je. Aber direkt ein Handicap-Match ist auch schon ein bisschen hart. So. Gut. Hallo, lass mich... Ey. So. Ja, was soll ich denn da machen? Hallo. So. So. Ne. Befordert mich aus. Himmarsch Nummer 0. Kann ja wohl nicht sein. So. Haha. Feiern. Hey Fans. Hey Fans. Ich bin euer Intercontinental Champion. So. Und jetzt. raus. Und. Was für ein Sprung nach draußen. So. Jawohl. Nochmal durchcountert ein Sieg. Das können wir zwar arbeiten. So. Sehr schön. Gut. So. Schön. So. Und ein schöner Bulldog. So. Und ein Tombstone direkt. Das ist doch schön. So. Und ein Tombstone direkt. Das ist doch schön. So. 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 Jawohl. Jawohl. Und jetzt. Jawohl. So geht das. Und chokes dann direkt. Jawohl. Schön. So. So. Spear. So. Nein. Gut. Und. Ten. Yeah. Wir haben es geschafft. Wird das gelten? Ja. Ja. Das war natürlich ein scheiß Outfit. Wenn der Chef das sagt. Kann man nichts machen. So. Ja. Natürlich. sieht das Outfit mega hässlich aus. Und er steht mir auch nicht. Nee. Kannst du ihn gar nicht. Wir haben Mr. McMahon im Anzug freigeschaltet. Dadurch, dass wir es geschafft haben. Und ja. Gesamtpunktzahl 24. Okay. Okay. 14 A. Wir dürfen es einsetzen. Okay. Naja. Und zur nächsten Raw sind wir angelangt in Buffalo, New York. Okay. Was haben wir damit zu tun? Nichts. Aber es kommt. Ein. Posteingang. Von müssen wir gehen. Last week's Mark. Aber das war kein Problem. Du brauchst einige flashierere Maneuvers. Und dein Trademark-Move für heute Nacht. In order to give you plenty of practice. Ich gebe dir 3 Punkte. Wenn du verlierst. Ich will dir die Move auf. All of them. Oh. Da kommt noch ein Move-Set eben zu Lötten. Äh? Äh? A home driver. Jawohl. Moment. Naja. Oh. kann ich noch mal ändern außerdem neues moveset hallo du willst mich jetzt verarschen da solche die ganze anziehen ernst jetzt hab ich kein fini alles weg Mauer wieder per Kauner und ich hab keinen Bock und den Kindern zu stecken weil sie nicht funktionieren wird das sieht so hässlich aus oh scheiß drauf so so und ein Dignity und oh was für ein Sprung ey und schönen Sprung so aber bitte mach die Kleidung weg ey das sieht so scheiße aus oh alter ich krieg diese Kleidung auf so natürlich ich hatte Kloslein aus ehrlich alter was soll das denn so gut so und ein schöner Schlag soll das denn ah toll so jawohl alter boah was soll das denn hallo werde ich doch mal alter was soll das denn so achso champ ist auch mein Name der ich angekündigt werde ne stimmt fängt mir jetzt grad auf so so äh Leute wie sieht das denn aus so und William Regal so 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 und gut ja schöner Sprung ins ist nichts so gut jawohl und alter der Anzug sieht so scheiße aus ey ich kann fluchen so und ein Spier zeig Spier gut gut schön und ein Klaus 9 ein Wisches Klaus 9 so und ein Klaus 9 ja toll so so natürlich die Sendung 1 21 Sentry Superstar so so und ein Spier ja wir haben ihn 2 gebrochen gut 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 und jetzt oh oh ah wat für ein Sprung Crossbody und Moonsold ist wo ja alle Dichter das Interrupted wird also wenn es nicht klar war tja sie wird jetzt und der Chokes n auf warum müssen so gut leu der Finisher sieht so scheiße aus so so gut alter und ein Spier und jetzt Jack Swagger oh nein oh wat für ein Move Jack Swagger der wurde ja auch als neuer Kurt Engel äh ja gesagt jetzt er stürmer auf machst du da das hat zwei Engel holt so ja der Triangle holt so natürlich werden wir uns raus und jetzt oh schöner Bulldog so oh Mike Knox ey du bist doch ein Kotzbrocken so ja ich glaube jetzt wechseln ne so und ein Bulldog schnell gezogen natürlich so und jawoll so gut und ein Spear ein Vicious Spear gut scheiße so alter gut Junge so ah jetzt kommt Mike Knox ja toll und ein Hip Toss und ein Elbow und direkt stehen diese beide aus also wenn Mike Knox so ausstehen würde dann ja ich weiß nicht was dann passiert aber da will ich schockiert sein so und also wieso kann ich die nie attackieren er ist doch so scheiße das ist scheiße gemacht sorry da ist einfach so und boah crossbody wie Jerry Lawler sagt so 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 und close line und boah schön gemacht so und boxen und Swaltern Bomb ja das ist mein Signature den ich ausgewählt habe so 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 und was für ein Sprung so und aus mit uns so oh je so jetzt kommt jawoll und aus ok ja ja scheiße mal auf diesen und und ein Sprung nach draußen wunderschön und verpassen direkt Jack Swagger so alter jetzt steh auf so so gut Jokeslam und 5 sich rein gut so alter was soll das denn so jawoll jawoll so ich hab zwar Jack Swagger keinen verpasst aber so was für ein Elbow so gut gut und ein schöner Move jawoll so so und ein Chokeslam Ansatz ein Chokeslam doch wie das so jawoll schön schnell gekontert so noch einmal 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 so so nein verdammte jetzt wechselt er mit Jack Swagger klar das ist doch kein real American das ist ein Patriot du 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 group so so und jetzt und raus und jawoll schöner Elber so Oh, und ein Spear. Ein Spear. Und jetzt. Schöner Move. So. Schön. Jawohl. Und ein Identity. So. Nein. Ah. So. Gut. Alter, nein. Komm. Komm aus. So. Jetzt komm aus. Und ein schöner Sprung nach außen. So. Jawohl. Jetzt Ander zum Jokeslam. So. Ah. What a move. So. Jawohl. Jetzt haben wir gegen alle gezeigt. So. Gut. Jawohl. So. Schön. Oh. Oh. Don't think I won't count you out. So. Jawohl. Gut. Das reicht. Der schafft er nicht mehr. Jawohl. Das haben wir auch geschafft. Gut. Gut. Der nächste Sieg. Aber was passiert nun? Das ist die Frage. Irgendwas wird passieren. Dass er den ganzen Outfit nicht mag, kann ich verstehen. Oder was nun? Oh je. Jetzt gibt es einen Brawler. Oh. Oh ey. Und ein Kloster. Ja. Das reicht nun. Ja, wir haben uns den Backstage-Büro in Wins Büro freigeschaltet. Okay. So. Siegesserienbonus. Wir haben noch eine Serie. Ich weiß nicht. Okay. Wir verbessern uns immer mehr, immer mehr, immer mehr. Das ist immer schön. Das ist immer noch das。 Okay. Vielen Dank.